Ich bin Sänger und Gitarrist der Gruppe Tocotronic und ich habe gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt, ich tauche auf. Ganz einfach, weil ich sie wirklich aus tiefstem und innigstem Herzen liebe. Ich finde diese Kreaturen bezaubernd und ich habe sie gerne um mich. Und manchmal fallen sie mir sozusagen in den Schoß, weil ich sie auf der Straße finde. Und dann nehme ich sie mit nach Hause und verarzte sie. Eine Stoffversion von Bubu Bär, den habe ich aus so einem Automaten rausgezogen, dem kleinen Freund von Jogi Bär. Ich weiß nicht, ob Jogi Bär noch ein Begriff ist. Das ist eine Zeichentrickfigur von Hanna-Barbera. Ziemlich witzig, der klaut immer so Picclic-Körbe im Nationalpark und sein kleiner Freund Bubu ist sozusagen sein Gewissen, der immer sagt, das sollte man aber nicht tun. Diese Figur habe ich als Stofftier sehr schön gearbeitet. Nee, eigentlich nicht, weil ich selbst die abwegigsten Akkorde schon in einem Pop-Song untergebracht habe. Zum Beispiel den Dominant-Zept-Akkord, Diabolus in Musica, genannt. So fängt nämlich das Lied Let There Be Rock an. So fängt nämlich das Lied.